Ich will auch Chili Leute, Leute, Herz Hör auf von Chili zu reden, da krieg ich ja Hunger Ich will keinen Hunger haben, ich bin eh so dick Die Liebe Die Liebe in meinem Chat ist unbegrenzt Du liest die ganzen Nachrichten, echt? Fünf Sechsen später Oh, das wird ein Zitat Oh, die Katze wird das machen Haha Das klingt falsch Fünf Sechsen später Zitat in coming Außer Katze ist heute keine Zitatze Zitatisieren alles Ich sag schon mal Danke, Katze Haha Haha Ich war da oben noch nicht drin, oder? Doch, da war ich schon Hä? Bin ich dumm? Bitte keinen Kommentar, Sepp, danke Haha Ich weiß ja wie Sepp, oh was Du hast das über... Also, 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 bitte Und Leidenspieter, Baby, Adventure Capitalist Sochti Ich bin auch nicht so viel Ich geb's zu Da war ich... Da muss ich lang, oder? Ich bin verwirrt Zitat 103 Du liest das ganze Nachrichten Ich muss sechs später That's good Der Botch will reagieren trotzdem nicht, oder? Du, 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 du Au, au, nein, 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 nein Ähm, könnt ihr mich ein bisschen später umbringen, bitte, danke Ähm, so, nach dem Heilwasser Ja, und ich stehe dazu Ja, und ich stehe dazu Ich stehe auch dazu, ich bin echt abhängig von dem Spiel Und ich habe nicht einmal restartet und bin trotzdem bei so Mucho, Mucho Wow, wow, wow Ähm, äh, hallo Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber das tut weh Hört auf Juh, au Au, hör auf Ah, stirbige Stirb Und jetzt stirbige Du Ich bin abhängig von Ich bin abhängig von Luft Dürfte ich Bitte jetzt am Leben bleiben, danke Ist doch egal, wo die Anführungsstrichen sind Ist ja eine Anführungsstriche, das reicht doch Hallo du, hallo Ich habe Angst vor dir, das ist dir bewusst, oder? Äh, stirb Ich werde dir den Schlüssel fertig werden Ich gebe nein, niemals Ah, beste Battlemusik ever Diese Musik lässt mich wieder reimen Alle werden Leute, alle werden Leute, kein Deutsch mehr Warum hat mein Obstmesserkeit einen Zornangriff? Ich hatte immer hier einen Zornangriff, das weiß ich ganz sicher Ich stirbige Oh boy Röschlut Bam Stirbige Ich halte, es klappt es dann nicht Doch, es klappt schon, aber es äh Ich hatte immer die Striche unten gemacht, aber es ist wurscht Es war halt nur, dass gerade jemand ein Zitat davor geklappt hat, nämlich Skin Könntest du auch für mir Aua zu machen? Bitte? Hallo? Kraftwasser Mh, leckeres Alpenfassort aus dem Alpen Mh, leckeres Alpenfassort aus dem Alpen Mh, leckeres Alpenfassort aus dem Alpen Ich könnte jetzt schon falsch sagen, wonach ich erfähig bin Tadadada Katze, es ist noch nicht 22 Uhr Yeah, Level Up Nein, schade Nach Mess Yeah, Random Schlüssel erhalten Mh, ja Stopp Weggesteckt Mh, wie konnte der Ex mal in der Schüssel stehen? So schlau ist er doch gar nicht Vor allem, warum hat er ihn gestohlen? Er hat doch keinen Vorteil von dem Liebstahl Unglaublich, sowas ist noch nie zuvor passiert Weil das kann Oh, Musik Gänsehaut Musik Aha, Gänsehaut Da, 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 da Da, da, da Da, da, da Willst du den Rundwissen storm? Wer bist du und woher kannst du meinen Namen? Ich kann die YouTube sehen Ich kenne deinen Namen und weiß genau, warum du hier bist Mh, Mh, Mh Wer bist du? Das ist nicht von mir leute Willst du nicht, lieber wissen, warum jemand so stark sind? Ja, sag mir warum Hast du auch Was heißt du auch Maximilian? Wie der wird er sagen Oder nur Max Ich heiße Maximilian Nur Max ist halt einfach so Hallo Max Oder Hallo Maximilian Ich sag ja Jo Max Und so, weiß ich schon Aber ja, Maximilian Hm Ich bin genau so pummelig rund wie er Hahaha Wie oft tust du das nur Was? Hallo ja Was ist das für ein Hack? Hahaha Ich hab mich falsch vorbereitet Hehehe Hey Giga Na? Madworth Hast du die roten Lichtkugel vor einigen Tagen gesehen? Yeah Alles was bisher geschehen ist, kann auf das Licht zurückgeführt werden Ich kann das nicht glauben, dass eine Lichtkugel so viel Macht besetzt Ich verstehe deinen Zweifel Die Zeit hat begonnen sich zu verändern Selbst unscheinbare Dinge können für die Menschheit bald zu einer Wurst bedrohen werden So wie Sepp Ach! So unscheinbar und ähm Zu mir leid Sepp Hehehe Warum erzählst du mir doch alles? Scheringend Ach ja Giga So haben wir gesagt, dass wir uns mal wegen der Sidelesse zusammensetzen sollen Ja genau Braver Sepp Hehehe Weil du die Kraft hast Die Kraft Das Böse zu bekämpfen Das Böse Äh Hehehe Spongebob Wer? Ich! Ja du Ruhig Blutkatze Nicht so viele Zitate Alles was braun ist ist Kacke Hehehe Hehehe Stimmt Hehehe Da kann ich noch machen Ich äh Da wird's Giger Alles was äh Muss durch Matt ersetzt werden Giggidi Giggidi Und einfach Mess Lassen Matt vertauschen und andersrum Wie geht's Matt? Matt Matt Augenblick mal Ich kämpfe zwar ganz ordentlich Boah Ich bin so treu Und meine Haare sind nach hinten gegelt Ohne Gel Da weißt du Bescheiss Aber so stark bin ich auch wieder nicht Hm Nee Kannst du mir mehr über die Lichtgruppe Ist sie ein Demonte zu wissen? Mhm Wenn ich das bekämpfen soll Dann bürste ich doch wessen mit wem Oder was ich jetzt zu tun soll Du bist mich alleine In dieser Welt gibt es noch andere Die gegen diese Böse gemacht kämpfen können Du bist dazu ausgewählt die Welt zu bereisen Die anderen Kämpfer zu finden Und das Böse zu bekämpfen Warte warte ich muss mich schreiben Hehehe Ok not hier Eine Reise Kämpfen Ja Denn als die Lichtgruppe erschienen War dein 6er Bescheid Bei Intitle Ich tue tatsächlich Unglück über die Menschheit Habe ich wirklich die Macht dazu? Ich kann dir nicht mehr erzählen Es liegt ganz bei dir Ob du mir glaubst oder nicht Du entscheidest ob du deine Reise antratst Tschüss Was ganz Mettig Und ich wundere wenn das Brötchen anders schmeckt Hehehe Das macht mir aber Spaß Ja kein Problem Ich weiß ja aber ruhig Warte noch Mein Name ist Iris Ich bin hier um deine Zukunft zu sichern Wir werden uns bald wieder treffen Tschüss Oh Hey Storm Mett Alles Mett Alles Mett Alles Mett Alles Fett wie Mett Hehehehe Oder alles Fett wie Leute die Mett essen took Hehehehe Hehehehe Ja alles gut Heidi Whilst Hehehehe Ich le город so viel Bullshit Hilfe Bam Damage Was Ich kämpfer Ich kämpfer SO gut ich bin so toll bei der Nacht Hache die forehead Dad Hehehehe war es heute ich habe schlüssel halten muss ich oder muss ich hier haben oder ich habe das rote zeug auf seiner das ist ein paar alle leute ihr macht sich ihr seid echt harte nasen ach so viel bullshit ach was macht ihr leute ihr habt das jetzt vier mal gehalten ihr habt jetzt vier mal vier mal dasselbe zitat gespeichert was ist mit euch los oh nein die zitatisierer zitatisieren uns zu tode harte nasen sepp ich weiß woran du gedacht hast und alter geh in der ecke und schäm dich es ist doch nicht mal schäm dich bitte hart gut luck herr von hihihi hihihi was kannst du ein kleines scharfes kampfmesser was kannst kampfmesser hätten ein kleines scharfes kampfmesser und das ist ein kampfmesser benutzt es ist ein kampfmesser, aber es ist ein schwächer storm du bist ja auch hier was scheinlich hart, wer wohl nur so einen schlechten Bock hat, scheinlich hart ich will doch wieder angez... angezieht hat zu sein wirst du doch die zitalisierer zitalisieren uns mit ihren Zitat zu tun boah auf die aussage hart nase ist das schon arg beideutig ja tschuldigung liegt daran, dass nicht nur 30 Sekunden nochmal das gleiche schreiben dürfen und ja, antun halt auf nur mal immer gleich ach so was nehme ich denn mit? äh, nichts ich möchte mir einen zauber kaufen tschüss hab dich bei der menschmege gar nicht gesehen hehehe du 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 da 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 so gibt mich stark nur einmal reicht schon, danke so, was? get asked, reflant, savus, ace, na raflada, hallo wink wink, hallo das ist keine menschmenge das ist spam uuuhhhhhh oh entschuldige, ich hab's noch ewig ich kann nicht mehr schlafen diese erbbeben jeden tag, das kann ein ganz schön schlafen na ich bin nur müder ausmissen kotchenläng hrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr hrrrrrrr hrrrrrrrrr hrrrrrrrrrrrrr ok noch keiner copypasst aus sagt immer hm, der kalidl arsch, was man weiß, wenn jemand sagt hm keine ahnung, aha yum chili was gibt's, ah da oben gab's diese komischen Säfte, ich bin auch klein und hilflos du bist nicht klein und hilflos, du bist klein aber nicht hilflos warum geh ich schon wieder hierher, ich wollte, wo wollte ich gerade hin, hä ich hab keine ahnung was ich gerade machen wollte gibt's hier keinen save point oder so, so hallo, ah doch da, da wollte ich rein ich glaube er kennt das Wasser aber nicht ja, nice weiter geht's jetzt go, stop please, yum chili, komische Geräusche ach Leute, lass mich komische Geräusche machen komische Geräusche HAKK BRING! HAKK BRING! HAKK BRING! HANDCHOP! HOI! Wir sagen immer zu den Tafelkreis... was? Kein Zeug, Tafelwasser und unser Lehrer so... Jetzt weiß ich, wieso Tafelwasser so scheiß schmeckt. Okay! Da, dann! Euer Lehrer ist komisch. Au! Au! Das tut weh! Was geht da? Oh, ein Waschbrett... Oh, hm... Oh, also... Ah, er kann kein Waschbrett anlegen. Ha! Er hat nen Waschbrettbruch von deinem Besitzer gehabt von mir. Lecker! Da, 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 na, na... Dieses Spiel macht mich gedanklich kapot! Irgendwie hat der gerade Aua gemacht. Der gerade hat der definitiv viel Aua gemacht. Hör auf! Oh Gott! Nicht nach! Das tue ich mir nicht an! Also... Käfer, äh, Tafel, das ist ne Wassermarke nur als klein andere. Ja, 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 ja... Es geht auch zur Tafelwasser an sich als nicht, äh, Marke. Am Tierkosten... Jetzt haltet er sich erst mal wieder, oder? Auaah! No shit, Sherlock! Ha, 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 ha... Der...